ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego City an der Kammer wir machen jetzt mal weiter was ich jetzt machen wollte war ich war hier dran mal grad gucken ne warte mal ach ja genau nein jetzt hallo jetzt geht aber los hier die extras nochmal wieder einschalten Esel ist immer gut an 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 ich vergesse das nämlich immer super strahlen was an 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 genau gut so ist heute schon mal was gucken da war nämlich noch was anderes was ich sehen wollte Infos und das ist jetzt aber ich habe dann hätte ich ja alles mal gerade was fehlt mir denn so ein 2 von 2 was fehlt denn da zwei manniken nee drei also oben links 19 vor 23 aber was müsste ich denn da machen genau da wollte ich hin mit dem roten stein mal 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 Da noch immer mal. Ich gucke mal eine Million. Nee, eine Gliade. Dein Ziel erreicht. Aha, okay. Dann müsste ja noch irgendwas hier sein, ne? Okay. Geht's auch durch? Oh, das geht auch gut durch. Was für ein Sandwich esse ich denn heute? Was für ein Sandwich esse ich denn heute? Wo könnten wir denn noch was haben? Genau, deswegen war ich letztes Mal hier. Haben wir mal geguckt, ob hier nicht noch was ist. Hier auf dem Dach, ne. Guck jetzt mal klar ein bisschen um. Guck jetzt mal klar ein bisschen um. Oh, Hüden klingen doch gut. Die Wärme überall hier waren wir auch. Mein Mann. Was ist das Paket aufgeben? Wo hab ich's nur hingelegt? Wo hab ich's nur hingelegt? Hmmm, lecker! Ah, da war ich denn noch. Ich bin gerade... Also warte mal. Ey, 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 ey. Ich wüsste aber gerade... Dann guck ich noch mal da. Was ist das? Was ist das? Am Anfang! ... Wie ist das? Oh? 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 Oh! 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 warte mal, jetzt kommt wieder der tödisch boah, wie komm ich denn da hoch hey, häng dich doch mal fest, du sau ja gut, dann müsste ich ja die ganze Zeit da rumlaufen, ne auch blöd ach du scheiße, ehrlich mann, das ist aber blöd ich konnte was machen, ich hab ne idee ich hab ne idee der hält sich gar nicht fest, die sau ey, der hält sich echt fest, das ist ja kacke jetzt hab ich's, jetzt hab ich's krass heftig das war aber noch oh, naja oh hey okay was könnte es denn wohl schöner ne, warte mal ne, das ist nicht gut direkt da das ist ein notfall das ist ein notfall Mensch auf die Brücke Ja? Oh Mensch... Okay... Die Frage nur, wie wir jetzt da hochkommen, ne? Gut, dann müssen wir jetzt mal abgehen. Ah, hier, guck mal, hier oben ist was. Hier oben ist was. Wollen wir mal weiter gucken. Aha. Alles klar. Hä, wo will der hin? Okay. Ähm... Na ja, gut, dann lasst uns erst mal das machen. Na ja, Tischkugeln hat ja rote Stein noch in den. Ja. 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 Vorsichtig, vorsichtig. Jawoll. Sehr gut. Hier noch irgendwas? Oder hier hinten? Aber wo... Kann man hier runter... äh... Ist hier irgendwas noch, was man machen muss? Was? Ich rühre mal grad hier hoch. Nein. So viel ich sehe, kann nicht. Krass. Dann lass uns mal auf die Brücke fahren. Auf die Brücke, auf die Brücke, auf die Brücke. Warte, 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 warte. Ich hab ein komisches Gefühl bei der Gang treffen. Okay. Höher. Grüß dich. Ja gut, das geht auch nicht. Ich hab was anderes vor. Ich mach mal hier. Ja, guck mal. Die kommen auch nicht hoch. Nee. Na ja, gut. Ich dachte, ich könnte ja auf dem Auto noch landen. Aber weiß nicht. Ach nee, mach mal. Ähm... Ja. Okay. Jetzt doch mal wieder auf die Brücke zu sprechen zu kommen. Fahren wir jetzt mal wirklich hoch. So. Schauen wir mal. Schauen wir nochmal. Oh Mann. Momentchen, 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 Momentchen. Oh. Ich hab was gesehen. Was kann jetzt? Oh. Äh... Ja. Äh... Okay. Und... Da war ich ja schon mal. Toll. Ich hab gedacht... Boah. Die war ich noch nicht gesehen. Aber anscheinlich schon anders. Gefahr flogen. Okay. Wenn wir schon mal hier oben sind, Starts einsammeln. Ich hab das wohl verpasst. Oh Mann. Ich hab das wohl verpasst. Ja. Manchmal hast du solche Sachen. Manchmal hast du solche Sachen. Ja. Und man denkt so... Das kann nicht sein. Das ist aber so. Weiter geht's. Weiter geht's. So. Guck mal mal. Boah. Komisch, ne? Hier. Vielleicht geht's hier hoch. Hier. 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 Warte mal, alle haben wir gerade geschehen. Hä? Okay. Ja gut, dann muss ich gerade die Brücke nochmal scannen. Wo ist dieser blöde, blöde rote Stein hier? Hä? Ich hatte doch was da gesehen. Scheint nicht was? Hier, hier oben drauf. Scheint nicht. Okay. Ja dann, äh, weiß ich auch nicht. Wir fahren mal weiter hier rüber. Und halten hier mal an. Wollen wir mal scannen. Ein roter Stein fehlt. Warte mal, ich komme sofort wieder. Oh, da bin ich wieder. Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier? Okay, wir gucken mal, ob ich den roten Stein finde. Ich schalte heute Nacht eine Kranze an. Ich schalte heute Nacht eine Kranze an. Ich wollte jetzt nur mal wissen, aber ich weiß, was da oben ist. Deswegen gehe ich auch nicht dahin. Jetzt gehe ich noch mal gerade hier in die Kurve rein. Hier soll ein roter Stein sein. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Hier oben vielleicht. Weil hier oben war ich noch nicht so. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich. Hier ist es noch klein. Was ist dieses Haus? Was ist hier? Irgendwo hier. Hier muss der rote Stein irgendwo sein. Hä? Hä? Ja, aber wo? Oh! Oh! Moment schon. Moment schon. Moment schon. Da ist er. Da ist er. Freigeschaltet. Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden, jawoll, da fehlt aber nur noch ein, 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 der müsste da am Haus sein, aber gut. Okay, dann werden wir jetzt mal hier gucken, was haben wir denn da, da hat ein Upgrade war das. Was haben wir denn da gehabt, an, 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 Daten, aber ja, Verkleidungsherausforderung an. Okay, okay, ich diskutiere jetzt nicht hier rum, dann haben wir hier, hier haben wir den roten Stein, hier haben wir den roten Stein, hier haben wir den roten Stein hier. Hier haben wir doch nicht den roten Stein, also werden wir hier erst mal hinfahren, werde ich machen. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Das wird sicher Ärger geben. Das gibt mir in Sicherheit eine Beule. Okay, dann müssen wir mal hier noch weitermachen. Oh, genau, ab. Was ist denn hier los? Das wird sicher Ärger geben. Ja, das sowieso, Chase McKay. Dann noch mal gucken, was hier so läuft. Okay. 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 Entschuldigung, habe ich die Welt, ich muss schon mal gerade hoch. Wenn ich schon mal hier bin. Ah, okay. Ah, okay. 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 phantomini durch wenn ich wieder zu spät komme das machen wolle ich gehe jetzt erstmal hier hin wo ich dann alles klar wir waren auch noch nicht so gerade wichtig ok hier geht es los alles klar hat doch überall schon mal Entschuldigung. Hier war ich schon, ja. War schon mehrfach. Wusste ich gar nicht mehr. Ja, aber wir können ja mal die andere Seite irgendwie gehen. Wo waren wir hier schon, glaube ich, mehrfach. Ey, war hier runter. Gehen wir gerade hier runter. Ich glaube, hier lassen wir es noch mehr machen. Na gut, komm, machen wir schon. Hey. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt sind wir schon wieder hier, wo wir eigentlich nicht hinwollten. Wir wollten ja hinten drüber eigentlich. Sorry, das ist ein Notfall. Oh, hier sind ja feule Sachen drauf hier am Ende. Wo kommen die denn her? Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich hoffe, den geht's gut. Nee, geht nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh nein! Schauen auf im Straßenverkehr, Chase. Den geht sicher gut. Na ja, gut, das ist ein bisschen gut. Fahre mal zu. Ach, Mann. Ach, Mann. So, hier sind wir wieder. Sehr gut. Kann man den sonst noch hier? Oh! Also das ist eine andere Sache. Also wir gehen immer hier rüber. Ich verpasse es besser nicht. So, ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Ich wünsche euch was. Euer Tsai. Ihr macht euch schon mal gerade hier. Bis dann, ciao.